Es ist wieder soweit, es ist Team-Spot-Suche-Wochenende. Heute geht's zum Donetsch. Wir durchsuchen mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Ködern an den wildesten Stellen sozusagen unseren schönen und geliebten Donetsch und gucken mal, was da so geht. Auf geht's ihr Lümmels, ab zum Donetsch, beziehungsweise wenn wir schon mal hier sind, Attacke Vollgas. Denn ja, Team-Spot-Suche startet mal wieder an dem Wochenende und an diesem Wochenende gerade läuft es. Demnächst wahrscheinlich auch wieder ein weiteres und ein neues Gewässer, was wir dann ordentlich durchforsten. Im Moment ist es relativ simpel aufgeteilt. Wir haben hier die Angler, die alle mitwachen, einfach so ein bisschen in Reihen gerade aufgeteilt. Heißt also, meine Reihe ist die Reihe E und dementsprechend muss ich mich quasi hier an diesen Stellen verausgaben. Ich hatte schon hier unten auf E6, genau, hier ist es E6, auf 91,94 viel rumgeangelt. Hier in diesem Bereich ging bei mir mit den meisten Ködern gar nichts, ganz eigenartig. Dann hatte ich mit Match probiert, dann habe ich Spinning ein bisschen probiert. War sehr schwierig. Ein paar kleine Hechte sind reingegangen auf Topwater. Ein bisschen weiter hier unten, wie gesagt, auf E6, 91,94 ist, da ist so ein Baum im Wasser. Und wenn man da hinschmeißt, wild, richtig wild, allerdings auch eher so die normalen Fische. Also Giebel, Karauschen, Brassen, Arland, Schleie. Also wirklich kunterbunt auf verschiedenste Köder. Wenn man einfach mal ein bisschen Frequenz haben will und einen kunterbunt sehr schnell vollgepackten Kescher haben will, ist das zur Zeit hier gar nicht verkehrt. War ich wirklich überrascht vom Donetz, den ich ja sonst eigentlich gar nicht so sehr mag, den olden Donetz. Schwieriges Gewässer immer, wenn man hier nicht schön mit feinem, zarten Setup rangeht. So, jetzt haben wir es, wie gesagt, gerade Nacht. Die E-Linie ist mein. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt am Eingangsbereich, am Inner City, ein bisschen rumhantieren. Oder hier in dem Bereich. Und ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Und dann vielleicht später nochmal weiter oben. Wir sehen uns hier unten an der Stelle. So, und wir sind angekommen hier. Hier unten ist die Hütte, genau. Und hier ist das Gewässer. Ich glaube, ich kann theoretisch bis hier vorne ungefähr gehen. Nicht, dass wir dann hier dem nächsten Angler irgendwie in die Quere kommen. Also hier wäre theoretisch noch eine Möglichkeit. Was machen wir jetzt? Ganz simpel bei der Team-Spot-Suche immer mal ein bisschen out of the box. Also mal ein bisschen was anderes als das Gewohnte, was man hier immer macht. Das kann ja nicht sein, dass man immer gleich angelt. Heißt also in dem Fall, zum einen würde ich natürlich sagen, Grund. Pose ist ja eigentlich Main Spinning. Und mit dem Wecki-Wurm ist ja eigentlich auch immer Standard. Ich würde sagen, ich mache einfach mal... Ich mache einfach mal... Ja, Zwölferhaken ist soweit okay. Ich glaube, ich ballere erstmal vielleicht Teige rein. Nehmen wir mal einen ungeliebten Eierteig-Algen. Einfach mal gucken, was so geht. Zack, und dann legen wir los. Eierteig muss mal rein. Dann haben wir hier... Ich fange erstmal mit kleinen Ködern an. Also kleinen Haken. Und mit den Basics. Einfach mal gucken, was da so geht. So, Bremse allerdings immer ein bisschen runter. Und... Mistwurm auch nicht. Zwölferhaken passt. Und vielleicht nehmen wir auch einfach nochmal einen Maiskorn. So, da haben wir jetzt schon mal dreierlei deutlich unnormale und wirklich nicht so übliche Köder dran. Und dann wird damit mal getestet, was denn hier an der Stelle geht. Ja, und so geht das dann halt mit einem Köder nach dem anderen. Ähm, für mich ist es immer so, einfach mal die Zeit nehmen, zwischendurch mal, ne, an so einem Team-Spot-Suche-Wochenende. Und einfach mal hinsetzen und gucken, okay, welche Köder gehen denn noch? Man hat ja immer die gleichen Köder in den, in den Rekorden drin. Guck mal da, da bimmelt es schon los. Auf dem ollen Eierteig, Alter. Da beißt ein Kaulbarsch auf dem Eierteig, Alter. Das ist ja wild. Das ist ja wild. Na, warten wir mal ab, was da noch kommt. Hättet ihr gedacht, Kaulbarsch auf Eierteig? Siehste? Deswegen Team-Spot-Suche und mal ein bisschen was Wildes ausprobieren. Das macht man doch normalerweise nicht. Normalerweise gehst du hin, guckst in den Rekordalden, jawollski, was wollen wir fangen? Alles klar, Mistwurm dran, hier irgendwie Alge dran, Borkenkäferlarve und gib ihm. Und schon stehst du da, wie jeder andere Otto und hast einfach null neue Experience. Immer genau das gleiche, fängst oder fängst nicht. Aber irgendwie mal was Neues. Machst du halt nur im geilen Team-Spot-Suche. Übrigens, wenn du Bock hast, unten drunter unter dem Video ist auch der Link zum Discord. Im Discord ist dann da der Bereich Team-Spot-Suche, wenn es dann das nächste Mal aktiviert wird. Und wenn das nächste Mal dann wieder heißt, Algen, nächstes Gewässer, dann und dann, dieses und jenes Wochenende oder Datum. Dann einfach da den Koboldchen anschreiben, der das da gerade alles organisiert. Und dann geht es los. Ja, wie mache ich das? Ich mache das eigentlich regelmäßig so, dass ich mir halt dann verschiedene Köder auch erstmal aussuche. Das heißt, hier in dem Fall würde ich sagen, ich nehme erstmal sämtliche Naturköder, die mir so in den Sinn kommen. Und lasse jetzt aber vielleicht erstmal so die Standard-Fleischigen weg. Das heißt, hier nehme ich jetzt erstmal alles, was so ein bisschen unnormal ist. Ich hatte jetzt gerade Weizenkorn mal mit dran gemacht. Perlengraub ist eigentlich auch immer ein ganz guter Standard für andere Gewässer. Gucken wir mal, wie es hier am Donetz funktioniert. Dann natürlich auch immer kleinere Vorfächer, beziehungsweise kleinere Haken dran, damit man auch erstmal guckt, geht überhaupt was hier oder nicht. Und guck mal hier, auf dem Weizenkorn zuppelt es direkt los. Und dann lasse ich mir aber auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit für einen Köder, der nicht funktioniert. Das heißt, wenn jetzt hier dieses Weizenkorn oder jetzt gerade hier Perlengraupe auf der dritten Route, wenn das jetzt nicht mehr liefert, naja, dann wird halt gewechselt. Gar nicht lange warten, zack, 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 durchtesten, next. Guck mal, jetzt haben wir hier eine Nase auf Weizenkorn. Nase, Weizenkorn, kleiner 18er Haken. Könnte man vielleicht sogar schon mal einen größeren Haken nehmen mit dem gleichen Köder. Und so tastet man sich quasi ein bisschen näher dran. Ist das denn auch wirklich ein Köder für größere Nasen? Und schon guckt man sich das ein bisschen an. Sieht, alles klar, funktioniert. Schnell eine Notiz machen. Dann macht man sich hier noch mit 11, 12. Katsching! Mit 11, 12 macht man dann so ein Screenshot. Unten rechts in der Ecke seht ihr ja gerade, da wird das dann auch angezeigt, wo euer Ordner ist, wo dieses Bild quasi gespeichert wird auf dem Rechner. Und dann kann man das alles schön hochladen im Discord. Und Koboldchen wertet das Ganze dann auch noch aus. Das Ganze kommt in eine große Liste zu den ganzen Gewässern, wo an welcher Stelle hat wer geangelt, hat was gefangen, mit welchen Ködern und so weiter und so weiter. Deswegen immer auch wichtig, halt so ein paar Screenshots zu machen. Und jetzt hier im Fall quasi von dem Weizenkorn wäre dann das nächste. Ich mache mal eben leiser. Ein bisschen leiser. So, nächster Screenshot einmal hier vom Setup. Das heißt, wir haben hier einmal die Übersicht, welche Route mit welchem Set, mit welcher Montage und welchem Köder. Vorher hat man eben schon am Spot gesehen, wohin geworfen, bei welchem Wetter und welcher Temperatur. Und so ergibt sich dann halt eine richtig große Liste mit ganz viel Information. Und wir wissen ja, Spots und Stellen und so weiter, es wird halt irgendwann wiederholt. Diese Stellen und diese Position, wo was funktioniert und so weiter, das wiederholt sich alles. Und irgendwann kann man eben auch an der gleichen Stelle wieder ganz erfolgreich angeln. Ja, ich bin mittlerweile schon mehrere Spots weitergelaufen. Habe jetzt mittlerweile schon drei weitere Spots getestet. Immer wieder das gleiche Schema. Basisköder, ungewöhnliche Köder mit kleinen Haken. Erstmal anfangen und gucken, was ist da und was nicht. Wenn man sich hier so eine Stelle anguckt, könnte man natürlich theoretisch hier an jedem Spot, ich sag mal mindestens vier Stunden sitzen und alles durchtesten. Guckt euch mal euer Inventar an, was da alles drin ist. Heißt also vom Posenangeln bis zum Spinning. Allein da beim Spinning die ganzen verschiedenen Köderarten durchgehen. Beim Posenangeln in verschiedensten Weiten, in verschiedensten Tiefen rumprobieren. Also theoretisch hätte man pro Spot hier locker mal, ja könnte man theoretisch vier Stunden an einem Spot sitzen. Und hätte, glaube ich, immer noch nicht alles durchgetestet. Denn auch da ändern sich natürlich auch immer wieder die Gegebenheiten. Gerade das Wetter beeinflusst natürlich auch immer extrem. Jetzt hier an der Stelle habe ich gerade frisch ausgeworfen. Ich bin gerade ganz gespannt. Jetzt habe ich hier mal einen Grashüpfer dran gemacht. Hier nochmal einen Maiskorn. Das war gerade auch schon ganz interessant für sibirische Plötze. Das olle Maiskorn. Und ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Heißt also, wenn es demnächst mal heißt, sibirische Plötze, da werde ich auch mal mit Maiskorn testen. Einfach mal andere Köder testen und gucken, was funktioniert. Das macht es eben aus. Ja, dick die Kohle macht man natürlich nicht. Das sollte einem klar sein. Also man geht nicht zum Team Spot Suche, um jetzt hier die Taschen voll zu machen. Es ist natürlich immer nice, wenn man einen Spot findet, der gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen geht es ja auch darum, andere Stellen zu finden, neue Stellen zu finden und einfach mal ein bisschen wild rumzuprobieren. Was ich jetzt gleich natürlich noch machen werde, ist die Stellen, an denen ich schon war, auch nochmal mit Standardködern nachzutesten und zu gucken, okay, gibt es denn da auf Standard ein bisschen was. Einfach nur die Freaky Köder zu nutzen. Das macht es natürlich dann am Ende aber auch nicht aus. Letzten Endes müssen natürlich auch die Köder getestet werden, die an den Gewässern auch gut funktionieren. Nicht umsonst sind die ja in den Rekorden drin. Das kommt jetzt gleich noch. Ja, und dann werde ich natürlich Stück für Stück weiter hochgehen. Ich denke bis hier oben hin. Vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite testen. Heißt also, ich habe noch einiges vor und viel zu tun. Denn da drüben, habe ich schon gesehen, da sieht es auch richtig gut aus in der Area. Da kann man sich auch mal richtig schön verausgaben. Guck mal da hinten hier mit dem ganzen Totholz. Einfach mal eine Nacht lang hier irgendwie auf Kaulbarsch gehen oder so Sachen. Das sollte doch gut funktionieren. Wenn du Bock hast auf TeamSpot-Suche, wie gesagt, unten drunter ist der Link zum Discord. Ansonsten, wenn es jetzt gleich anfängt hier zu bimmeln, auch gerne mal die Bimmel vom Kanal drücken. Den Kanal abonnieren, Daumen da lassen, wenn das Ganze gefallen hat. Und dann verpasst du auch keins der nächsten Videos. Nächstes Video bestimmt wieder irgendwas über einen gut funktionierenden Spot. Oder wir sehen uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri. 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 Bis dahin, Petri.